Ich meine, wenn man jetzt auch mal so drüber nachdenkt, Wissenschaftskommunikation gab es ja auch schon vor der Covid-19-Pandemie, aber es gab ja jetzt dadurch schon einen sehr starken Aufwind und die Öffentlichkeit oder das Verhältnis zwischen Forschung und Öffentlichkeit hat sich ja definitiv dadurch verändert. Also wenn ich jetzt sage, okay, wir wollen messen, wie produktiv waren die verschiedenen Forschenden an den Institutionen während der Pandemie, dann muss man das dafür ja auch berücksichtigen, was vielleicht für Umstände auch noch dabei waren oder was für disziplinspezifische Aspekte da reinfahren. Die Forschenden haben es ja zum Teil auch, zum Teil selbst in der Hand, wenn sie überlegen, wo reiche ich beispielsweise ein oder wo reiche ich nicht ein, aber dass manche Aspekte ja auch sehr stark mit verschiedenen Stakeholdern vernetzt sind und dass Verlege dann ja auch ihre eigenen Regeln machen und ihre eigenen Gewinne daraus zum Beispiel generieren möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Future is Open Science, dem Podcast der ZBW. Was ist der Wert offener Forschung und zwar A für ForscherInnen und B für die Gesellschaft? Und wie vermesse ich den Wert? Woran erkenne ich, ob sich nachhaltig etwas verändert in der Wahrnehmung von Open Science? Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank. Hallo. Ihr beschäftigt euch in dem Projekt Voices, so heißt es, mit der Frage, wie der Wert von offener Wissenschaft diskutiert und positioniert wird. Wie definiert ihr Wert? Das ist eine gute Frage. Das ist auch eigentlich so die zentrale Frage des Projekts, weil eben das übergeordnete Ziel ja ist, herauszufinden, okay, was für einen Mehrwert hat jetzt das Öffnen der Wissenschaft? Und welcher Mehrwert hat sich durch die Umstände in der Covid-19-Pandemie dann auch, also welcher Mehrwert hat sich da ergeben? Und wie ist das auch aus der Perspektive von verschiedenen Stakeholdern, also von Forschenden, dann aber auch aus der Perspektive von Wissenschaftsjournalisten beispielsweise oder auch der Gesellschaft? Und das ist eigentlich so wirklich auch die zentrale Oberfrage zu ermitteln. Was ist der Mehrwert? Was sind positive Effekte? Was sind vielleicht auch negative Effekte? Und wie entwickelt sich das? Sowohl, wie hat sich das während der Pandemie entwickelt? Im Idealfall auch, wie entwickelt sich das nach der Pandemie? Ja, okay. Was subsummiert ihr denn alles unter diesem Begriff offene Forschung? Das ist ja eigentlich eh ein sehr breiter Begriff, also Open Science im Allgemeinen. Und dementsprechend auch in erster Linie erstmal alles, was standardmäßig so darunter fällt. Also wenn wir jetzt an Open Access denken, Open Research Data, Open Methods, Open Evaluation, Open Infrastructures, Open Education, Citizen Science fasst man ja auch zu Open Science dazu. Allerdings muss man hier dann auch sagen, mit unterschiedlichem Fokus. Also je nachdem auch, wir haben ja gewisse Teilfragen, die wir beantworten möchten und je nach Perspektive und auch nach Datenlage kann man zu manchen Bereichen ja besser auch Erkenntnisse jetzt sammeln als zu anderen, weil da vielleicht noch gar nicht die Daten existieren oder die Entwicklung in ja zum Beispiel auch in Deutschland stattgefunden hat. Was sind denn eure zentralen Forschungsfragen? Ja genau, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass unsere übergeordnete Metafrage ist, welchen Mehrwert hat die Öffnung der Wissenschaft gegenüber anderen WissenschaftlerInnen und der Öffentlichkeit während und nach der Pandemie? Und da in dem Hinblick dann auch besonders darauf, wie ist der Einfluss von Forschenden, von politischen Entscheidungsträgern, von Wissenschaftskommunikatoren und der Öffentlichkeit? Und wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen runter bricht, dann ist es so, dass wir einmal eigentlich einen Bereich haben, der sich besonders darauf fokussiert, okay, wie hat sich die Pandemie auf den Diskurs und die Debatten über Offenheit in der Wissenschaft ausgewirkt? Also wie wird darüber gesprochen, in welcher Art und Weise fand da der Diskurs statt im Hinblick auf Forschende, Akademiker, aber auch der Medien und der Öffentlichkeit? Ein zweiter großer Bereich ist dann, welche Auswirkungen hat die Übernahme verschiedener Open Science Praktiken durch Forschende auf die Einbeziehung und die Vielfalt in der Wissenschaft? Also wie ist das mit den Akteuren, die publizieren, inwieweit haben die bestimmte Open Science Praktiken stärker nutzen können oder auch mit eingebracht? Inwieweit wurde gewisser Output in Form von Publikationen, in Form von Preprints, in Form von Forschungsdaten generiert? Und wie verhält sich das mit der Wirkung? Also inwieweit sind da vielleicht auch Aspekte im Hinblick auf Zitationen oder Mediennennungen? Und als dritten Bereich eben auch, wie hat die Covid-19-Pandemie die Wissenschaftskommunikation beeinflusst? Also wie sind Wissenschaftsjournalisten beispielsweise damit umgegangen? Wie haben sie das auch nach draußen in die Gesellschaft getragen? Und das sind sozusagen die drei Pfeiler im Projekt, die drei konkreten Fragen. Und am Ende haben wir eigentlich auch das Ziel, ein theoretisches Framework aufzubauen, das das Ganze auch nochmal abstrahierter thematisiert und eben den Open Science Aspekt, die verschiedenen Stakeholder mit einbezieht, aber auch eben die Fragen oder Aspekte im Sinne von Gleichberechtigung und Inklusion, die ja aber auch vernetzt sind mit Open Science. Ja, ja, absolut. Was ist das Schwierige an diesem Forschungsfeld? Gibt es da schon irgendwelche guten Ansätze oder gibt es bei bestimmten Fragen noch gar keine Ansätze? Ja, gute Frage. Also ich glaube, in gewisser Sache ist das zum Teil ja auch herausfordernd, gerade wenn man auch sehr viele Aspekte in der Breite behandelt, was wir ja auch in dem Projekt tun. Und man ja auch immer unterscheiden muss, dass auch gerade auch im Open Science Kontext ja auch die verschiedenen Länder und Regionen ganz unterschiedlich weit sind und ganz unterschiedliche Dinge etablieren oder auch Schwerpunkte setzen. Also zum Beispiel, wenn jetzt hier in Deutschland Open Access sehr stark ist, heißt das ja nicht, dass man direkt davon ausgeht, dass es in allen Bereichen der Welt so ist. Und eben, dass dann auch noch andere Aspekte wie Disziplinunterschiede und Entwicklungen ja auch noch dazukommen. Also das ist so ein Aspekt, den man auf jeden Fall sehr gut berücksichtigen muss und wo ich auch sagen würde, das ist definitiv auch eine Herausforderung, dem Ganzen dann auch entsprechend gerecht zu werden. Ja, okay, das hört sich auf jeden Fall auch nach einer Herausforderung an. Wie geht ihr denn methodisch vor? Ja, dadurch, dass es ja auch so breit ausgerichtet ist, ist unser methodischer Ansatz auch ein Mixed-Message-Ansatz. Also wir haben sowohl qualitative als auch quantitative Methodiken, die wir anwenden, je nach Fragestellung. Und genau. Ja, okay. Und was ist genau deine Frage? Also womit setzt du dich konkret auseinander? Bei mir ist es so, ich von den Sachen, wo ich gerade erzählt habe, in welche Bereiche wir gehen, da bin ich bei der zweiten Frage sozusagen verordnet. Also die quantitative Analyse des Outputs der Akteure, also der Forschenden. Wie haben die publiziert? Inwiefern haben die Preprints veröffentlicht? Und wie ist die Wirkung im Hinblick auf Open Science, Covid-19 und eben auch den EDI-Aspekten, also Equity, Diversity and Inclusion innerhalb der internen Wissenschaftskommunikation, also unter den Forschenden selbst. Okay. Ihr befasst euch ja auch mit der Frage, wie die Öffnung der Forschung das Verhältnis zwischen Forschung und Öffentlichkeit beeinflusst hat. Was meint ihr denn konkret mit dem Begriff Verhältnis? Ja, auf jeden Fall einmal den Diskurs, wie darüber gesprochen wird und auch was darüber gesprochen wird, inwieweit eben dann auch die Öffentlichkeit darauf reagiert, reagiert hat von dem, was man ja auch von der Forschung mitbekommen hat. Ich meine, wenn man jetzt auch mal so drüber nachdenkt, Wissenschaftskommunikation gab es ja auch schon vor der Covid-19-Pandemie, aber es gab ja jetzt dadurch schon einen sehr starken Aufwind. Und die Öffentlichkeit oder das Verhältnis zwischen Forschung und Öffentlichkeit hat sich ja definitiv dadurch verändert. Und dementsprechend auch die externe Wissenschaftskommunikation, also wie die WissenschaftsjournalistInnen und deren Arbeit Vorgehensweise sich verändert hat, auch speziell im Kontext der Covid-19-Pandemie. Ja, okay, spannend. In den einschlägigen Argumentationen, so aus der Wissenschaftspolitik, heißt es oft, der Wert offener Forschung für ForscherInnen liegt in der Möglichkeit, letztlich schneller und einfacher auf neue Erkenntnisse und Daten zugreifen zu können. Ist das auch ein sogenannter Wert, den ihr untersucht? Also diese Beschleunigung? Ich würde mit Ja und mit Nein antworten, weil in erster Linie muss man ja erst mal schauen, inwieweit überhaupt der freie Zugriff vorhanden ist. Und dann ist es natürlich aber auch schon interessant, auch Unterschiede darin festzustellen. Und jetzt hast du gesagt Ja und Nein. Wie messt ihr denn, ob es schneller oder einfacher geht? Also wie kann man das tatsächlich, wie muss ich mir das vorstellen? Also wir sind ja nicht beim Sport, wo ich irgendwie eine Stoppuhr habe, messen kann, ob irgendjemand jetzt was schneller gemacht hat. Ja, es ist ja auch gar nicht so unkomplex. Also wenn man das jetzt erst mal auf die wissenschaftliche Literatur herunterbricht, dann kann man ja erst mal auch schauen, okay, wann wurde ein Manuskript genau eingereicht? Und wie lange hat es beispielsweise bis zur Annahme gedauert oder bis zur ersten Veröffentlichung online? Und das ist daran ja irgendwie auch schon verbunden oder daran geknüpft. Und das wurde zum Beispiel auch für die Covid-19-Pandemie zum Teil auch gemacht. Und das ist auch etwas, was wir auch betrachten möchten, in dem Sinne, dass man eben auch schaut oder dass man ja auch weiß, dass damals, also 2020, die Verleger auch direkt gesagt haben, okay, Publikationen sind jetzt öfter, also schneller zugänglich, weil wir die APCs, also die Article Processing Charge, eben nicht mehr dabei haben. Und ein Aspekt, der auch schon in einigen Studien eben auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel auch, dass dann gerade auch die Covid-19-Publikationen einen kürzeren Zeitraum hatten von der Manuskripteinreichung bis zur Manuskript-, also bis zur Veröffentlichung oder bis die ersten Personen sich das anschauen konnten. Und der Aspekt geht ja auch schon in diesen Schnelligkeitsaspekt mit rein, würde ich sagen. Und das ist so ein erster Schritt oder ein erster Ansatz, den man darin verfolgen kann. Okay. Und gibt es auch Möglichkeiten zu schauen, ob etwas einfacher geht? Und ist das überhaupt euer Forschungsinteresse, das auch ranzuschauen? Ja. Und wie macht ihr das? Genau. Also in dem Sinne, ob es einfacher geht, kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, dass ja schon alleine auch im Kontext von Open Science es dann für jemanden einfacher ist, wenn er einfach den offenen Zugang hat, wenn er sich keine Gedanken mehr darüber machen muss, ich muss noch an die Publikation, also wie komme ich an die Publikation dran? Die ist hinter einer Paywall. Und dementsprechend wäre ein Aspekt oder eine Überlegung, dass man dann von oder dass man prinzipiell sich die Publikationen anschaut im Sinne, welche sind Open Access, welche sind nicht Open Access und da dann auch betrachten kann, okay, inwieweit gibt es da Trends oder Veränderungen über die Jahre? Und wenn man jetzt zum Beispiel länger oder zeitlich zurückblickt und das Ganze dann auch konkret mit der Corona-Pandemie-Phase im Vergleich stellt, dann könnte man darüber ja auch schon mal erste Erkenntnisse gewinnen, wie weit die Publikationen mehr zugänglich sind, wenn man das unter diesem Deckmantel der Einfachheit mit reinbringen möchte. Ja, okay. Das ist natürlich clever. Ein Wert, ein sogenannter, der ebenfalls oft genannt wird, ja, in den unterschiedlichsten Aktionspapieren und so weiter ist, dass Open Science die Produktivität und die Qualität der Forschung verbessern kann. Und das klingt ja auch absolut nachvollziehbar. Beschäftigt ihr euch auch damit in eurem Projekt, wie sowas verbessert wird? Und wenn ja, auch hier die Frage, wie messt ihr, dass die Produktivität steigt? Ja, also gerade aus meiner eigenen Perspektive, aus der bibliometrischen, scientometrischen Perspektive, die sich ja damit auch beschäftigt, zu vermessen, wie viel wird publiziert, welche Trends gibt es, inwieweit wird vielleicht thematisch zu einem Aspekt mehr publiziert oder nicht. Da ist es allgemein eine Art oder ein Themenbereich, dass man die Produktivität beispielsweise anhand des einfachen Zählens der Publikationen misst. Aber das also ganz platt gesagt. Wenn man das dann sich näher anguckt, dann gibt es auch schon ganz viele Dinge, die man dabei beachten sollte, weil man natürlich nicht einfach sagen kann, okay, ich zähle jetzt die Publikation der Institution A oder des Landes A und mache das mit den anderen Ländern auch, sondern beispielsweise beattrachten sollte, okay, es gibt unterschiedliche disziplinspezifische Unterschiede, es gibt regionale Unterschiede. Und dann ist natürlich auch die Frage, okay, reden wir jetzt nur von Publikationen, also ist das das einzige Mittel, was jetzt die Produktivität angibt? Was ist mit anderen Aspekten? Was ist mit Preprints? Was ist zum Beispiel mit Forschungsdaten? Was ist mit anderen Austauschsachen? Und dementsprechend gibt es eigentlich, also auch gerade aus der bibliometrischen oder zentometrischen Perspektive, sehr viele Aspekte, wie man Produktivität messen kann. Man muss aber auch genau überlegen, was genau möchte ich einsetzen und welche Antwort möchte ich dafür haben, um nicht auch falsche Schlüsse dann beispielsweise daraus zu ziehen und zu sagen, wir haben am Ende eigentlich nur ein Ranking basierend auf Zahlen. Und ich meine, es gibt ja den Spruch, trau nicht der Statistik, die du selbst irgendwie ein bisschen manipuliert hast. Und dementsprechend ist es so, dass man im Sinne der Produktivität auf jeden Fall viel messen kann und dass man aber aufpassen muss, was es genau aussagt am Ende. Und das gilt dann natürlich auch für das Projekt. Also wenn ich jetzt sage, okay, wir wollen messen, wie produktiv waren die verschiedenen Forschenden an den Institutionen während der Pandemie, dann muss man das dafür ja auch berücksichtigen, was vielleicht für Umstände auch noch dabei waren oder was für disziplinspezifische Aspekte da reinfallen. Naja, das heißt, man müsste eigentlich sich kausale Zusammenhänge angucken zwischen dem, was man feststellt, beispielsweise die Zahl der Publikationen ist in den letzten fünf Jahren um 10 Prozent gestiegen, also fiktive Zahl und unterschiedlichen Indikatoren, die das auslösen konnten. Das heißt, solche kausalen Zusammenhänge sind die auch Gegenstand eures Projektes. Guckt ihr euch sowas auch an? Im späteren Verlauf wollen wir auf jeden Fall auch statistische Auswertungen machen. Aber jetzt gerade im ersten Jahr ist es erst mal bei den rein deskriptiven Sachen, um auch erst mal zu schauen, basierend auf dem, was es auch natürlich schon gibt, an Erkenntnissen gerade zu der Covid-19-Pandemie und den Open Science-Aspekten, inwieweit eben allgemein erst mal deskriptiv die Verteilung war. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es auch gerade in der Forschung, also auch in der Bibliometrie und in der Scientometrie ja gewisse Methodiken gibt, die sich schon bewährt haben, die auch angewendet werden. Aber wenn man dann auch auf Open Science hinblickt, dass es da auch inzwischen schon auch Indikatoriken gibt, wie man Open Science in gewisser Weise messbar macht, aber dass man eben da auch noch nicht unbedingt alles messen kann, was man zum Beispiel gerne messen möchte. Ja, also nochmal zu diesen Kausalzusammenhängen. Ich stelle mir das auch unglaublich schwer vor, tatsächlich diese Faktoren miteinander zu verkümpfen und zu verknüpfen. Also mal angenommen, es gibt jetzt eine höhere Produktivität im Sinne von mehr Publikationen, kann es ja auch einfach daran liegen, dass es mehr WissenschaftlerInnen in einem Land gibt, die mit befristeten Verträgen jetzt plötzlich alle ganz viel schreiben müssen und dass es nicht an Open Science liegt. Genau, also deswegen würde ich da auch erst mal sagen, oder aus der Perspektive ist mein Fokus auch erst mal die deskriptiven Aspekte und dann zu schauen, es ist auch die Frage, ob es am Ende wirklich auf Kausalzusammenhänge zurückgeht oder ob es eher auch andere statistische Aspekte sind, die wir dann näher betrachten. Ja, okay. Und nochmal zurück zu der Qualität. Also wir haben jetzt viel über Produktivität gesprochen. Wie ist denn bessere Qualität definiert? Ja, das ist eine gute Frage und ist ja auch sehr verknüpft an so allgemeinen Problemen in der Wissenschaft, weil ich meine, auf der einen Seite ist es so, dass, also was heißt Qualität? Was heißt Qualität beim Messen von Publikationen? Es ist jetzt qualitativ hochwertig oder messen wir Qualität, indem wir Studien nur messen, die auch positive Ergebnisse haben beispielsweise. Das wäre ja fatal, das aus dieser Perspektive zu machen. Und ich würde sagen, ein Aspekt der besseren Qualität, da sind wir dann auch wieder bei Open Science, ist eben dann auch eine bessere Transparenz, dass man auch nachvollziehen kann, okay, was wurde gemessen und auch, dass man nicht einen falschen Schluss zum Beispiel daraus zieht. Es gibt ja auch, ja gerade auch in der Bibliometrie und auch im ganzen Wissenschaftsbereich ist ja zum Beispiel auch sowas wie der H-Index super bekannt, aber nicht wirklich eigentlich ein, also es ist gar kein guter Indikator und es ist auch kein Indikator der Qualität da gibt, aber er wird zum Beispiel oft fälschlicherweise damit verglichen. Und das Gleiche gilt dann auch am Aspekt, wenn man Open Science messen möchte, dass man da eben da auch drauf achtet. Ja, okay. Wenn wir nochmal weiter auf diese Policy Paper gucken, wie die sozusagen auch den Wert offener Forschung beschreiben, dann heißt es ja auch häufig, dass es für die Öffentlichkeit die Möglichkeit gibt, durch Open Science Zugang zu bekommen zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Daten, die halt auch für die Gesellschaft von Bedeutung sind. Wenn man sich jetzt mal die Statistik anguckt, also ich habe mal nachgeguckt bei Statista, laut dieser Quelle verfügen rund 19 Prozent der deutschen BundesbürgerInnen über einen Bachelor oder über einen höheren Bildungsabschluss. Also das heißt, ein Fünftel aller BürgerInnen in Deutschland. Und wenn man sich anguckt, wie viele Leute promoviert sind, ist das sozusagen nur ein Prozent von allen Menschen, die in Deutschland leben. Und da stellt sich die Frage, reicht denn allein der Zugang zu fachsprachlichen Papern? Oder sprechen wir eigentlich auch eher von Zugänglichkeit, auch im Sinne von verständlicher Sprache und Aufbereitung? Was sagst du, was würdest du dazu sagen? Ja, allgemein würde ich sagen, reicht der Zugang dann natürlich nicht. Also ich meine, gerade auch vorher oder auch vor der Pandemie beispielsweise oder durch die Pandemie, das hatten wir ja auch am Anfang schon, ist es so, dass vielleicht für manche das Thema zugänglicher geworden ist, sowohl rein von den Daten, weil man einen besseren Zugang hatte, als auch, weil es auch mehr Menschen erreicht hat thematisch, weil es auf einmal auch ein naheichen Thema war und Menschen sich auf einmal daraus oder dafür interessiert haben. Aber ich denke, da sind wir dann auch genau bei dem Punkt, dass ja auch die verschiedenen Personen auch auf ganz unterschiedlichen Leveln sind und man nicht nur sagen kann, okay, wir öffnen jetzt alles und haben den Zugang, sondern dass die Zugänglichkeit da auch ein wichtiger Punkt ist. Ja, okay. Und wie hoch ist das Interesse der Gesamtbevölkerung an Forschungsergebnissen? Hast du darüber irgendwie Erkenntnisse oder weißt du darüber was? Ja, das ist eine super spannende Frage. Ich muss sagen, da liegt mir jetzt keine universelle Studie vor, aber es ist ja auch eigentlich etwas, was immer sehr abhängig ist. Also gerade wenn man ein bestimmtes Thema hat, dann ist es ja so, dass das Ganze dem Wissenschaftssektor einen Aufschub geben kann, dass sich plötzlich, dass das für verschiedene Personen aus verschiedenen Kreisen viel greifbarer wird, viel relevanter wird, jetzt bei der Pandemie zum Beispiel ja auch. Dass es aber auch auf der anderen Seite ja so ist, dass Forschungsstudien in der Regel sehr speziell sind und auch ein ganz kleines Puzzleteil zu einem bestimmten Thema beitragen und sich das ja peu à peu aufbaut. Und dass so eine super spezielle Studie dann auch nicht unbedingt für das gesamte breite Publikum ja interessant ist. Nee. Genau, also es war bei Corona oder bei Covid-19, es wurde ja auch schon vor Covid-19 Corona-Forschung betrieben. Und da haben sich ja die Forschenden in dem Bereich dafür interessiert und die, die damit zu tun hatten, aber nicht wirklich die Gesellschaft. Und dann in dem Punkt, wo die Pandemie begonnen hat, war es auf einmal interessant für viel mehr Personen. Man hat sich damit auseinandergesetzt und versucht, das für sich selbst auch greifbarer zu machen, wenn man vielleicht auch nicht im Forschungskontext irgendwie diesen Bezug hatte. Also du würdest sagen, man braucht schon irgendwie einen Bezug dazu. Es muss für den eigenen Alltag irgendeine Relevanz geben. Ich würde schon sagen. Also ich meine, jeder hat ja auch nur eine begrenzte Kapazität. Und auch aus der forschenden Perspektive gibt es ja auch ganz andere Forschungsbereiche, wo ich absolut gar keine Ahnung drüber habe und weiß, da sind manche Sachen, die finde ich sehr interessant und manche Sachen, die sind weniger interessant. Und dementsprechend ist es ja auch so, dass die Gesellschaft oder dass in der Gesellschaft nicht alle Themen in der Forschung gleich interessant sind und jeder diesen Zugang zu hat. Ja, okay. Ein weiteres Argument in Open Science Policies ist auch, dass Open Science dazu beitragen kann, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft zu stärken, indem sie Transparenz und Nachvollziehbarkeit fördert. Laut Wissenschaftsbarometer 2022, also die erheben das regelmäßig von Wissenschaft im Dialog, ist das Vertrauen der Deutschen in Wissenschaft und Forschung hoch. Im Wissenschaftsbarometer 2022 geben 62 Prozent der Befragten an, dass sie Wissenschaft und Forschung eher oder voll und ganz vertrauen. Das war die Jahre davor irgendwie auf einem ähnlichen Niveau, vielleicht ein, zwei Prozent höher oder weniger. So, das heißt, der Vertrauensgrund mit den höchsten Zustimmungswerten ist die wahrgenommene Expertise der Vorstände. Jetzt die Frage, kennen Wissenschaftsleien oder außerakademische Expertinnen, wie auch mal man das bezeichnen möchte, kennen die die Eigenheiten des Publikationsmarktes überhaupt? Also wissen sie, dass Offenheit nicht der Standard ist? Oder noch anders gefragt, bemerken sie den Unterschied überhaupt? Das ist eine super spannende Frage. Und rein von meiner persönlichen Einschätzung, muss ich jetzt sagen, würde ich sagen, dass das weniger der Fall ist, weil selbst die Forschenden kennen ja nicht alle Standards von ihren Kollegen. Und da gibt es ja auch schon starke Unterschiede, je nachdem, wo man reinguckt. Und dementsprechend ist es für einen Laien dann ja noch mal um einiges abstrakter. Und die Frage dann auch, ja, wie sollte die Person das wissen? Und ich glaube auch, dass es auch eher so ist, dass jetzt auch gerade dann durch die letzten Jahre eher so ganz allgemeine Sachen bekannter geworden sind. Also wie Wissenschaft im Allgemeinen beispielsweise funktioniert und dass sich zum Beispiel Studien und Ergebnisse auch wieder sprechen können. Und dass es sowas überhaupt wie Preprints gibt. Und das sind ja auch Sachen, die würde ich sagen, in den letzten zwei, drei Jahren dann auch mehr Thema geworden sind und auch erst mal vielleicht auf so einer Leiter dann ganz am Anfang stehen und diese Erkenntnisse sozusagen vorhanden sind. Und dann die Frage im Sinne, ob sie den Unterschied zum Beispiel bemerken, das ja schon sehr speziell ist und dieses Vorwissen auch erst mal benötigt wird, damit man überhaupt diesen Unterschied beispielsweise erkennt. Ja, naja, man braucht echt wirklich viel Vorwissen, um uns überhaupt zu wissen, wie die ganzen Mechanismen sind, auch der Qualitätskontrolle und Peer Review und so weiter und so weiter. Welche Zukunftsperspektiven siehst du für die Entwicklung von offener Forschung? Es hat auf jeden Fall weiterhin sehr viel Potenzial und ich würde auch sagen, wir sind ja aktuell auch in einer Zeit, wo es sehr viel Awareness dafür gibt, sowohl intern in der Forschungscommunity selbst als auch extern. Und wo man sich auch Gedanken macht, wo es auch wichtig ist, dass sich jeder einzelne Gedanken macht, dass sich die Forschenden auch Gedanken darüber machen. Man erlebt es vielleicht dann auch im Privaten, dass KollegInnen oder auch Studierende auch erst mal überhaupt darüber nachdenken, was damit zusammenhängt, weil es auch ein Thema ist, das jetzt noch nicht irgendwie auch in Lehrplänen total verankert ist, beispielsweise. Aber es ist ein Thema, was immer mehr in Erscheinung tritt und wo ich auch das Gefühl habe, dass man immer mehr davon umgeben ist, sei es, wenn man selbst irgendwie ein Manuskript einreichen möchte oder wenn man in seinem Online-Feed vielleicht auch gewisse Aktionen oder Tage findet. Also es gibt ja auch sehr viele Veranstaltungen. Und in dem Sinne würde ich sagen, eine positive Perspektive. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es in, ja zum Beispiel auch in dem Sinne, dass Covid-19-Forschung auf einmal öffentlich zugänglich war, das auch etwas ist, wo die, ja, wo Kritikstimmen direkt auch aufgekommen sind, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass es offen bleibt, dass es sehr gut passieren kann, dass man sich auch wieder zwei, drei Schritte zurückentwickelt und wieder mehr an das Geschlossene geht und man nicht blauäugig sozusagen davon ausgehen sollte, dass es jetzt der Durchbruch, der bestehen bleibt, sondern dass man das auch aktiv weiter vorantreiben muss dafür. Und was glaubst du, warum könnte es da so einen Rollback geben? Also jetzt nur für die, also nur sozusagen, dass man jetzt wieder das Tor schließt zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und die Wissenschaft innerhalb ihrer Peergroup schon weiterhin die Sachen austauscht? Oder warum soll es Argumente geben, jetzt auch innerwissenschaftlich jetzt wieder von Open Science abzukehren? Also ich würde nicht sagen, dass, oder würde jetzt nicht die Argumente sehen, dass man zum Beispiel die Gesellschaft von der Wissenschaft trennt. Und das würde, ich meine, also da passiert ja auch sehr viel. Es gibt ja auch Wissenschaftsnächte und verschiedene Veranstaltungen, die jetzt auch, also fernab zum Beispiel von der Corona-Thematik, gibt es ja ganz viele andere wissenschaftliche Bereiche, die auch in die Gesellschaft herangetragen werden. Aber dass man, glaube ich, auch im Internen, ja, die Forschenden haben es ja zum Teil auch, zum Teil selbst in der Hand, wenn sie überlegen, wo reiche ich beispielsweise ein oder wo reiche ich nicht ein? Aber dass manche Aspekte ja auch sehr stark mit verschiedenen Stakeholdern vernetzt sind und dass Verleger dann ja auch ihre eigenen Regeln machen und ihre eigenen, ja auch Gewinne daraus zum Beispiel generieren möchten. Und dass man da eben auch, ja, von den Aspekten her schauen sollte oder auch guckt, inwieweit gewisse Praktiken beispielsweise gleichbleibend vorangetrieben werden oder dass es da dann passieren kann, dass es vielleicht auch nochmal ein, zwei Schritte zurückgeht, bevor es wieder drei Schritte vorwärts geht. Ja, okay, ja, verstehe. Ja, nochmal zurück zu Voices als Projekt. Ich hatte dich ja anmoderiert als Wissenschaftlerin, die am internationalen Forschungsprojekt tätig ist. Also ihr seid WissenschaftlerInnen aus Brasilien, Deutschland, Kanada und dem Vereinigten Königreich. Wie organisiert ihr denn euren Austausch eigentlich? Ja, ja, dementsprechend mehrheitlich online. Also wirklich, dass wir ja ganz platt Zoom-Meetings haben, dass wir auch gewisse Chats haben und E-Mail-Konversationen. Es ist so, dass wir auch Projektmeetings vor Ort eingeplant haben und eins auch schon im November 2022 hier in Hamburg hatten an der ZBW. Und dann gerade auch aus dem Aspekt, weil man manche Sachen ja auch kondensiert an einem Tag. Also wir haben das sehr stark dafür genutzt auch, um uns Gedanken zum Beispiel zu dem theoretischen Framework zu machen und Sachen auszutauschen. Aber viel passiert auf jeden Fall online dementsprechend. Ja, okay. Und auch im Hinblick der Zeitzonen. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, aber ihr habt euch auch schon mal gesehen. Das ist ja dann auf jeden Fall immer ganz gut. Und seid ihr alle aus der Informationswissenschaft? Nee, wir sind ja sehr bunt gemischt, wenn man das so sagen möchte. Also je nachdem, einige Personen sind allgemein auch schon ein bisschen multidisziplinärer unterwegs und haben unterschiedliche Dinge beispielsweise auch studiert. Allgemein sind Personen aus den Sozialwissenschaften, aus der Publizistik, aus der Wissenschaftskommunikation, aus dem Wissenschaftsjournalismus verordnet. Und es ist definitiv nicht nur Informationswissenschaft, was auch ja schön ist, weil gerade auch, also von der Thematik her ist ja auch sehr viel oder eine sehr breite Expertise benötigt. Und gibt es schon irgendwelche Zwischenergebnisse, irgendwas, was ihr auf der Webseite schon habt, irgendwas, was du schon teilen kannst? Oder seid ihr noch ganz frisch dabei und alle Zuhörerinnen müssen sich noch etwas gedulden? Tatsächlich würde ich sagen, müssten wir da noch mal zusammenkommen und die ZuhörerInnen sollten sich noch etwas gedulden. Also man weiß natürlich intern vielleicht, oder weiß ich, woran meine KollegInnen auch arbeiten, woran ich arbeite. Aber insgesamt sind das jetzt auch noch nicht Sachen, die wir in irgendeiner Form veröffentlicht haben. Also deswegen ist es da noch nicht, dass ich jetzt sagen würde, wir könnten jetzt, wir haben diesen einen Fact, den wir jetzt schon zu dem Thema des Diskurses beispielsweise sagen können. Also erste Erkenntnisse, die auch für die Diskussion wichtig sind, die auch dafür wichtig sind, darauf aufzubauen. Und ja. Okay, also wir sprechen dann noch mal, wenn das Projekt beendet ist. Letzte Frage, Isabel. Welchen Tipp hast du für unsere ZuhörerInnen zum Thema Open Science? Vielleicht hast du einen guten Medientipp als Informationswissenschaftlerin? Ein Podcast, ein YouTube-Video oder was auch immer. Was magst du besonders gerne? Was findest du toll? Was kannst du empfehlen? Ja, also ich weiß nicht, ob du das kennst, den LSE Impact Blog. Den würde ich definitiv empfehlen, weil er allgemein zur Wissenschaft verschiedene Themen behandelt, aber auch oft Open Science mit dabei ist und auch gerade mit sehr aktuellen Fragestellungen und auch kritisch hinterfragt oder Aspekte aufwirft und die auch in einen größeren Kontext zusammenbringt. Und ich glaube, das würde ich empfehlen. Ja, cool, super. Dann vielen Dank. Vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen und Zuhörer, an den Kopfhörern. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Lassen Sie uns gerne Feedback da, Fragen, Anmerkungen, auch Kritik via E-Mail, Twitter, YouTube oder LinkedIn. Abonnieren Sie uns fleißig auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer man gerne Podcasts hört. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018